Musik Egon möcht gern sterben, doch leider darf er's nicht. Die Ärzte in der Klinik, die lassen Egon nicht. Er kann nicht mehr laufen, auch sprechen geht nicht mehr. Er wird gern einen saufen und sterben hinterher. Egon hat sein Leben sich nie um was geschert. Er ließ sich nichts verbieten, wurde oft schon eingesperrt. Doch kein Knast war je schlimmer als die Intensivstation. Das Mensch-Maschinen-Zimmer für Egon Blanker-Hohn. Gebettelt hatte Egon sein Leben lang noch nicht. Doch siehst du jetzt die Augen im faltigen Gesicht. Dann steht da groß geschrieben, macht's mich doch endlich tot. Nur wer stoppt die Maschinen, wer spielt den lieben Gott? Musik Die Lage der Gesetze lässt keinem eine Wahl. Es darf niemand entscheiden im gütigen Spital. Was ist human, was unmoral, der Grad bleibt leider schmal. Drum muss Egon noch warten, bis irgendwann ein Mal. Egon möcht gern sterben, doch leider geht das nicht. Sein Körper muss noch leben, seine Würde darf es sein. Ausatmen Egon 43 4 5 5 5 4 5 10 11 18 13 11